Musik 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 Und dann, was auch sehr bekannt ist, in der Südwesten, was wichtig ist, ist die Riklau. Es ist die Likorische. Die Riklau und Spice mit Paprika. Nur uns in Singapur ist aus dem Südwesten. Wir nennen sie Chistora. Das ist mit Pork. Hier haben wir etwas Kluwer, mit Tabasta, mit Pikan und Portos. Wir nennen sie die Baskets Kluwer. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018